Wenn Sie Hilfe benötigen, um die umfangreichen Recherchemöglichkeiten der TIB zu erkunden, bieten wir dafür unterschiedliche Kanäle an. Eine bequeme Variante, sich orts- und zeitunabhängig mit unseren Angeboten vertraut zu machen, sind Tipp-Tutorials wie dieses, das Sie gerade verfolgen. Sie finden alle Tutorials auf unserer Homepage im Bereich Lernen, E-Learning-Angebote. Um einen tieferen Einstieg in einzelne Themenfelder zu erhalten, können Sie auch an Schulungsveranstaltungen teilnehmen, die an allen Bibliothekstandorten angeboten werden. Einen schnellen Überblick über aktuelle Termine liefert die Seite Kursangebote. Dort finden Sie eine Übersicht der in der nächsten Zeit anstehenden Schulungstermine sowie weitere Angebote. Über den Button Alle Termine können Sie sich weitere Schulungsveranstaltungen anzeigen lassen. Ein spezielles Beratungsangebot bieten wir unter der Bezeichnung Tipp gefragt. Sie können hier individuelle Beratungstermine zu verschiedenen Themen mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten vereinbaren. Falls Sie eine thematische Fragestellung verfolgen, zum Beispiel wenn Sie eine Literaturrecherche für Ihre Abschlussarbeit planen, können Sie sich auch direkt an unsere Kolleginnen und Kollegen des Fachreferats wenden. Sie finden die zuständige Ansprechperson über die Facheinstiege auf unserer Homepage. Falls Sie trotz des vielfältigen Angebots nicht das für Sie passende finden, sollten Sie trotzdem Kontakt zu uns aufnehmen. Sie finden Informationsplätze an allen Bibliothekstandorten, wo wir Ihnen telefonisch, per E-Mail und persönlich zur Verfügung stehen und Ihnen gegebenenfalls weitere Ansprechpersonen in unserem Haus vermitteln können.